Wo ist ein Leiter? Ja genau, die wollte ich. Na! Da, ey! Da läuft der gekillt! Und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Trouble in Terroristown mit Nils Fiskund und Grans, Shigo und McFly. Hallo! Ah, Leiter! Weiter gehen, wieder nach der GC. Jetzt nicht mehr Gamescom. Ja, nach der GC. Übrigens hat keiner das Gewinnspiel mit der Reihenfolge gewonnen. Die Reihenfolge war komplett random. Das hat aber keiner geschrieben. Aber danke für die ganzen Theorien, die sich da ergeben haben. Alter, Grans! Grans war Trader und er wollte den nicht auf Fisk werfen. Den wen? Ja, den Boomerang, den er an dir vorbeigeschmissen auf mich geworfen hat. Ich komme grad nicht runter. Sieht nicht gut für dich aus, Fisk. Ich kann da nicht dran ... Scheiße. Shigo, geh mal runter. Warte! Er wird direkt geschossen. Ja, ich versuch die Leiche gegen die Decke bouncen zu lassen. Warte! Damit man sie konfirmen kann. Ich hab sie, ich hab sie! Danke, danke, danke! Das ist auch dein Kumpel. Jetzt lass sie da liegen. Jawoll! Waren da Credits drin, Shigo? Äh, ja. Zwei. Mist, Fisk hat nicht eh gedrückt. Kacke. Ich hab nicht eh gedrückt. Ja. Jetzt hab ich eh gedrückt. Ja, ja. Jetzt hab ich eh gedrückt. Ja, ja. Ja, ja. Verdammt. Ich hab's gelöst, ja. Nach über 500 Kommentaren noch nicht. Das kann doch ... Ach, die eine Theorie, die dabei rumgeht, die ist aber viel zu plausibel, als dass sie nicht die naheliegendste wäre, die die meisten auch nehmen würden und dann als Lösung für sich akzeptieren würden. Sie ist einfach fein. Es gibt ... Dann ist das bestimmt ... Dann machst du bestimmt denselben Move wie ich. Nein! Ja, und das wurde schon geschrieben. Okay. Es wurde schon geschrieben, dass es keine Bedeutung hat. Also ich kann persönlich bespätigen, es gibt eine Bedeutung. Es gibt eine Bedeutung auch. Aber da ist einfach noch niemand draufgekommen. Tatsächlich wollte man zwar der GC auch aus mir rauskitzeln, aber ... Wenn wir das jetzt hier live in der Aufnahme lösen, gewinnen wir dann? Kannst du nicht. Huch! Ich hab ein Anschlag auf mich! Auf jeden Fall, du kannst nicht drauf kommen. Aber wenn du es weißt, das ... Ah, okay. Das macht Sinn. Also ich weiß es nicht. Du kannst es auch nicht wissen. Ja. Und nicht erraten. Rete, du hast bestimmt so einen Stapel voller Peak-Karten vor dir, von 1 bis 4, also von 1 bis 4. Das wär ja random und auch das wurde schon geschrieben. Hm. Um was geht's los? Ich musste sogar auf der Gamescom auf einem riesengroß ausgedruckten und auf Pappe geklebten Peak unterschreiben. Ja, und die Person wollte von mir auch wissen, was es ist. Und der Person hast du es nicht verraten? Nein. Das ist ja ganz schön mies. Ja. Aber jeder durfte ... Du wolltest was werfen. Jeder durfte auf der Messe eine Theorie abgeben. Wie oft hast du dir mit dem Aufnahmespaß gehört? Das war oft, aber am meisten ist immer noch die eigene Bewertung, obwohl ich die halt schon eigentlich ... Kunran. Ja, ich weiß, aber hier steht die ganze Zeit schon zusammen. Der Bumarang hat aber ... das war Glück, weil der jetzt nach oben geflogen, dass der grad noch ankam. Oh, Kunran zieht sich zusammen. Einfach keiner merkt, dass ich Maxi decodet hatte. Ja, nee! Wen? Wann denn? Aber du bist doch tot. Mit dem Bumarang, der an dir vorbei ist, hat Maxi voll getrunken. Ich hätt schon nicht raus. Da oben hängt ... Oh! Keiner steht jetzt so dafür ... Ja, weil es halt gleich halt nach oben ... Oder sagt so, hab ich das Maxi so leise oder so ... Aber du hast doch selber gesagt, oh, Schinter, nee! Ja! Ich hab's auch erst gemerkt, als ich trof war. Ich wollte ja Dalu abwerfen. Kommt in die Ecke, ah, nix böse, plötzlich kriegst du ein Bumarang gehabt. Ich muss mich hier noch dran gewöhnen, weil hier ist das Klima auch anders, wo ich jetzt wohne. Doch, ja! Ich hab auch mal ein Jahr in Gambia gewohnt, ich weiß, wie hart das ist. Aber schön, dass du jetzt meinen Posten übernommen hast. Dann kriegst du eigentlich das Zimmer so zu verdunkeln, dass es nicht blendet draußen. Das geht. Hast genug Bambus gefunden? Das ist Rapist! Wer ist ein Rapist? Nils ist ein Rapist. Nils ist es! Da! Nils ist es! Ganz vorsichtig, Leute, ich hab die Diegel. Oh nein! Oh nein! Okay, nein, da geh ich nicht die Leiter jetzt da hoch. Oh nein! Wurde gerade die Leiter umhattet dann draußen, aber das lass ich jetzt nicht. Ja, 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 ja. Hier klettern die Außenleiter. Ja, genau, die wollte ich. Na! Da, ey! Darno hat mich geküllt! Ja, Nils. Achso, okay. Hat gerade direkt die Taube ausgepackt und sich mitdreht. Oh, das war's. Darno, Taube! Taube dreht sich von der Gruppe weg. Ah! Und wir hatten auch Glück gehabt, dass du gerade auf ihm warst. Oh nein, da liegt ne... Jep! Ah! Hup! Genau, werf einfach in die Menge in der Alu! Wieso bin ich die Menge schon auf den Traitor geworfen? Ey! Die Taube fängt nur einmal offen bei! Pfuh! Puh! Tschüss, ne? Tschüss! Wer ist gegangen? Was kommt? Flisk! Flis? Hm? Flis? Flisk ist raus! Tschüss, Flis! Hau rein! Oh nein! Ich bin vor Wasser, das ist nicht gut! Wieso hatte der denn nur so kurze Zeit? Ähm, der musste noch arbeiten gehen, hat er geschrieben. Ah, okay. Muss noch ein paar T-Shirts drin. Ja. Ich dachte, Landwirtschaftssimulator steht wieder an. Oh ja! Das auch. Was kommt denn eigentlich dieses Jahr alles so an Gamescom-Videos, die ich hochgeladen habe? Landwirtschaftssimulator. Dieses Jahr kommt wirklich was. Lasertag, Bowling, Minigolf, Bühnenauftritt und allgemein ein Messevideo. Ah, gut. Ich hoffe, dass Minigolf den kommt, weil da war ich mir nichts dabei. Das ist ja doch alles versprochen. Oh nein. Ja, nix kam, ne? Letztes Jahr haben wir halt einfach gar nichts gemacht. Ich hätte jedes Jahr dasselbe Essen filmen können. Dasselbe Essen vor allem. Und die Leute hätten es trotzdem geliebt. Das Essen letztes Jahr war total lustig, wo ich mit war. Das Essen dieses Jahr war noch lustiger. Da war ich aber nicht klar. Weil der Sachse richtig besoffen war und die besten Geschichten überhaupt erzählt hat. Also das war wirklich zum... Der Sachse erzählt aber immer gute Geschichten. Das war Tränen gelacht. Ja, den Sachsen würde ich gerne besoffen in dem. Das kannst du mir gar nicht vorstellen. So. Tschüss. Maxi ist gegangen. Der hat geschrieben, der muss nur arbeiten. Ja. Ja. Der hat 5 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt. Ja, 11x5 ist 22,50. Ja, das geht aber. Und dann hat er den Taschenrechner rausgeholt und 11x5 gerechnet. Und dann kam da was anderes rausgeholt. Oder Nils? Ich hab ne... Pass mal. Der ist der Mörder. Hast du nicht. Hast du nicht. Hast du nicht. Ich hab das Leben schon an meinem Auge verloren. Ja, ich hab auch. Wow, wow. Ich dachte nach Maxis Schrei erst, dass Nils es ist. Nicht, dass Nils was... Moment, wir sind vier Leute hier. Und einer ist tot. Ja. McFly, Shigo, Granz, Nils ist tot. Also Kundran oder Fisk. Ja, aber Nils war doch grad bei McFly. Dann ist es Fisk. Fisk war hier bei uns. Ich komm hier runter. Ich bin zu dick. Kundran und Fisk sind zu verlieren. Richtig. Einer von den beiden muss es sein. Und McFly tut so, als wenn er die Leiter da nicht runterkommt. So. Okay, Fisk war Enno. Okay, Fisk ist tot. Dann ist es Kundran. Kann ich mal wieder reden. Na gut. Wobei es für den Hals ganz angenehm ist nicht zu reden. Shigo und McFly können sich auch duellieren. Hä? Alles klar, es ist scheinbar McFly auf jeden Fall. Hab McFly. Granz? Oh, ich leb noch. Okay. Hast du... Oh, ich bin das. Ich bin das. Warte mal. Wo ist McFly? Der liegt hier. Er hat nichts gedroppt. Also vielleicht hat er noch was gehabt. Dann hab ich noch... Ah, Ding ist das oben. Bis! Er ist Dead Ringer bei mir. Er macht sich gar nicht unten. Sie bauen, schneit mich ab. In dem Gang vor mir steht er. Hab ich die. Oh, okay. Komm, dann brauchst du den Dead Ringer nicht raus. In dem Moment, wo du sagst, Shigo und Maxi können sich auch duellieren. Ja. Man hört sich Shigo so... Da standen dann vor allem Maxi und ich vor ihr. Ja, genau. Ich hab beide da so. Nils hängt ja noch mit den Beinen. Nils hängt aber echt cool da. Ja. Vor allem Nils stand auf einmal hinter mir, als ich, ich glaub, Fist hätte ich getötet, oder? Äh, Kunran hat er mich getötet. Nils, du warst gar nicht auf den Messe, ne? Ich hatte Fist, glaub ich, getötet davor. Ich war gar nicht. Zum ersten Mal leider. Ich hätte gerne viele von euch Community Menschen getroffen, aber ich konnte nicht. Die Blizzard-Free-Cam war geil. Da hab ich das Instagram-Bild heute von gesehen, hast du immer von erzählt. Die 360-Grad-Bilder. Hä, du hast Instagram? Nein, ich hab sein Instagram-Bild gesehen. Nein, ich hab kein Instagram, man kann aber auch sonst, äh, so Instagram-Bild sehen. Kann man auch nur so starten? Genau, ich bin auch bei Reddit oder bei Facebook auch eher so der Lurker. Der, der alles sieht, aber niemals in Erscheinung tritt. Bei Facebook geht das ja nicht mehr. Auch bei YouTube mittlerweile übrigens. Traurig aber wahr. Hey, bei mir oben auf dem Dach! Oh mein Gott! Los Leute, der kann nicht, der kann nicht weit sein. Oh Gott! Nein! Liegen jetzt Leute im Slow-Mo hier runter? Gut da, du, naja. Da kommt ne Leiche runtergefallen. Im Slow-Mo. Flümmel. Hey! Hast du noch gehört! Was hast du gehört? Jemand hat gesoffen! Wer? Du! Ich? Ja! Das ist ne gute Idee, warte, ich trink mal eben nen Schluck. Genau, Grants, Prost! Das sah gut! Vielleicht ist wieder sein Bierchen aufgemacht. Flümmelölen! Tigero und Pundan auf dem Dach! Ah! Bist du runtergefallen jetzt? Nein, bist du nicht. Scheiße, scheiße, scheiße! Da hängt er! Das sah gut aus! Huch! Der, der, der hier, Tracker kam hoch. Erstes Ding nochmal. Äh, der DNA-Tester. So. Kommt ihr auch nach unten? Ja. Ich war heute hier. Ich musste im Schieber wiederbeleben. Ich kam zur Vollwaffe. Jetzt hatte sie leider beseitigt. Weil das schöne Sword-Up ist weg. Leider beseitigt. Du, was? Leider vergewaltigt? Leider, nein, Schieber, nein, Schieber. Einfach nur nein. So, warte mal. Sieht gut aus. Ähm. Hier unten. Hier links unten. Jetzt ist es am Haus. Genau, im, im Haus. Da vorne. An der Ecke. Ja. So stink. Wo ist der Grün? Wo ist der Grün? Ähm, so, warte, wo ist er? Unter uns. Ich kann ihn grad nicht sehen, der grüne Punkt ist weg, ich weiß nicht. Doch, er ist genau unter uns. Achso. Also, aber weit unter uns. der war ich unten wobei der letzte war gar nicht so ist gar nicht so lange her die letzte aktualisierung in zehn sekunden kommt die nächste dann die warten wir mal kurz ab macht das war sich hier irgendwo im haus verstecken werden vorbeilaufen und er ist wo sie jetzt sind hier unten weiter unten weiter unten weiter unten weiter unten weiter unten ist ganz unten er steht er stand hier jetzt könnte natürlich erst wahrscheinlich hoch geschwommen okay genau genau ich bin hoch geschwommen also er war hier da war ja da hinten steht er sogar noch er ist draußen ist zum nächsten mal Tschüss